Und dazu soll dann noch die exakte Fußtechnik kommen. Hier die Weltmeister. Michael Angera, Dorothee Blancpain aus Frankreich. Und da war schon der Doppelsalto rückwärts. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zuschauer sind begeistert. Sie ahnen, dass das die beste Leistung des Abends war. Hohe Kicks bei beiden und was sie fertigbringen ist eben, sich zu steigern, zu kämpfen, anzugreifen. Untertitelung des ZDF, 2020